im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen Fünfter Tag Nuwene für die armen Seelen Die armen Seelen im Fegefeuer leiden, ohne zu wissen, wann ihre qualvollen Leiden ein Ende nehmen werden. Sie sind zwar sicher, dass sie eines Tages erlöst werden, allein die Ungewissheit über die Dauer ihrer Buße ist ein großer Schmerz für sie. Ich liebe dich über alles, o unendlicher gütiger Gott, und bereue von ganzem Herzen, dich beleidigt zu haben. Ich nehme mir von nun an fest vor, dir, o Gott, Freude zu bereiten. Lass mich, o Gott, in deinem Frieden ruhen, Ewiger Vater, heiliger Gott, heiliger, starker Gott, heiliger, unsterblicher Gott, erbarme dich, meine, und erbarme dich auch der armen Seelen, die im Fegefeuer leiden. O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Heilige Maria, unbefleckte Jungfrau und Gottesmutter, komm uns und den armen Seelen mit deiner mächtigen Fürsprache zu Hilfe. Durch deine mächtige Fürbitte möge sie Christus, dein vielgeliebter Sohn, unser Herr und Gott, teilnehmen lassen an seiner Herrlichkeit und Seligkeit. Amen. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. O Herr, gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen. Der heimgegangenen Seelen dein, die deinem Herzen treuern. Erbarm dich, lindere ihre Pein. O Jesus, lösch ihr Feuer. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderlieb uns allen deinen Segen gib. Amen. Amen.